Henlo, ihr Karamellflöckchen. Viel Spaß mit dem Spiel ins Kript schon. Ich glaube an euch Yuki und Deli. Uwo. In diese letzte Person hat dich so große Hoffnung gesetzt. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, dir was beizubringen? Du, du wirst nach und nach schon lernen. Oder du wirst sterben. Anscheinend hat die kümmerliche Stinkwasser sich hineinverwirrt. Aber so wird die Karte verteilt. So bleibt es. So werden die Karten verteilt. Okay, wir haben den Wolf, den Stinkwalzen und den Hermelin, okay? Okay. So. Das musst du dich jetzt für eine Familie entscheiden, du bevorzugst. Flug. Echse. Oder Käfer. Gehen wir mal auf den Käfer? Mal. Flug. Wir hatten wenig Flug-Sachen. Ja, Flug. Oh, Trutharnhahn. Toll. Na ja, die kann uns schon mal retten. Eine uralte Frau kam hinter einer Eiche hervor. Stream Elements angeschaut. Das gefällt mir so viel besser als Stream Labs. Okay. Wähle. Das ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob ich die Hand zu meiner Touren mache oder ob ich die ewig opfern lasse. Dann brauch ich nicht keine Opferkarten mehr. I need water, okay? Ich trink was. Untertauchen ist für die eher nicht so gut. Wasser, Wasser. Ja. Wir haben auch ein Need some Milk. Ob ich die halt zu Kreaturen mache? Das wäre am Anfang. Das würde uns teilweise richtig den Arsch retten. Wir können das ja eh immer noch mal ändern. Ich mache das jetzt einfach mal so. Just for the Lulz. Einfach. Ich mache das jetzt einfach auf unser Eichhötchen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das gut war oder nicht, aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist cool. Das Siegel entwickelt. Danger! Danger! Ja, toll. Alle deine Wölfbräuern fliegen. Alle meine Eichhörnchen wären zu Destien. Schönen Gruß. Ja, danke. Wie weit bist du schon mit Emotes? Was ist ab? Ich bin so neugierig. Also, ein Emote habe ich schon komplett fertig. Und an den anderen arbeite ich. Da mache ich wahrscheinlich heute die Lines fertig. Und morgen werde ich sie dann im Spring kolorieren wahrscheinlich. So. Ich bin sehr gespannt, dass es unserem Eichhörnchen wird. Ein älteres Eichhörnchen. Ja, auch nicht schlecht. Was? Ja, definitiv. Ich kann die Stinkwanze noch nicht spielen. Zwei auf dem Feld. Und können eigentlich spielen. Hör mal. Es gibt hier irgendwo eine dritte sprechende Karte. Ja, das weiß ich. Danke. Das ist der Wolf. Danke, habe ich schon mitbekommen. So, der Klatsch, den noch nicht weg. Überlegt aber noch eine Runde und klatscht den dann weg. Was haben wir noch im Wolf? Ich gebe mich geschlagen. Vergiss es. Schönen Oberdamage. Jawoll. Das mag ich immer nicht so. Gehen wir nochmal. Wir brauchen eigentlich noch einen Wolf. Das ist junges, ne? Ein Leitwolf. Verdammt. Fünf Knochen. Da war ja hier ein Leitwolf gewesen. Ah, Leitwolf und Eichhörnchen. Nice. Machen wir das dann doch. Der Rauch. Wir haben den Wolf, den setzen wir da rauf. Dann kriegen wir das Messer und Spezialdolch. Wir müssen es so spielen, dass auf der einen Seite ein Eichhörnchen ist und auf der anderen Seite der Leitwolf. So wie hier. Eichhörnchen und Leitwolf, ein Eichhörnchen, ein Eichhörnchen. Das können wir doch sehen. So, da haben wir die Knochen der Uhr hat den Wolf knechst und ächst, als sie sich näherte. Einen leichten Zittern, Händelte bereitet ihr Angebot vorher auch. Ich kann einen neuen Kopf haben für unsere Wölfe. Neuen Kopf oder die Fähigkeiten sind halt dämlich, die brauche ich nicht. Nämlich halt den neuen Kopf. So. Ja, unser Wehrwölfe, Eichhörnchen. Sperling, Kojote. Zwei Schaben würde er überleben, Stinkmann zu Ende. Wenn der Hermelin stirbt, dann haben wir wieder zwei Knochen zur Verfügung. So, unser Eichhörnchen ist ein Wehr-Eichhörnchen geworden. Der ist nächste Runde Matsch. Der ist nächste Runde Matsch. Wehrwölfe, O-O-O-O-O. Der ist Matsch, der ist Matsch. So. Ich glaube, dieser bist du mir über. Nö, wir machen das ganz langsam. Ich werde jetzt ganz langsam die Hosen ausziehen. Wie viele Knochen brauchten wir? So, das ist das. Wir brauchen fünf Knochen. Einen haben wir. Ja. So. Das kriegen wir noch nicht hin, weil wir den Wolf nicht üpfern können. So. Ein Overdevil. So ist das schön. Das Schlippi-Kartenspiel. Genau. Jetzt sieht ihm ganz langsam die Hosen aus. Also. Gehen am besten hier lang. Karten zu holen. Ein Bluthund. Kaminski. Kaminski ist keine von unseren Karten. Aber ich möchte die Fähigkeit vom Bluthund gerne auf Ryukash haben. Deswegen gehe ich jetzt hier hin und klatsche das... Ach Quatsch, auf Ryukash, auf Mayu. Ah ne, halt, 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 stopp. Haben wir Mayu überhaupt schon? Ne, haben wir nicht, na? Wir haben Mayu ja noch gar nicht. Okay, halt, stopp. Dann. Die Fähigkeit vom Buchsenfrosch... Wir haben den Bluthund auch mehr nicht. Hehehehe. Die Bluthund hier haben Fähigkeit vom Bluthund ist halt auch scheiße. Hätt damit dann auch jetzt ein Fertiges gemacht, aber ist nicht so schlimm. Ich nehme halt die mit dem größten, äh, mit dem größten Verteidigung. Das wäre dann unser Hermelin. Wie, du bist gestorben. Was? Nein, bin ich nicht. Hm. Der Hermelin hat auch nur so seine Fähigkeit verloren. Ja. I see what you did there. Wir haben jetzt Butter. Ich würde... Ich überlege, ob wir den Lightwolf... Ist mit dem Knochen zwar okay, aber den Lightwolf vielleicht lieber auf einem... Ja, den loszuwerden ist auch nicht verkehrt, ne? Hm. Kann man ja später immer noch... Ja, macht eigentlich am meisten Sinn auf dem Hermelin, weil der am meisten Verteidigung hat. Dass der mal dazwischen springt. Ist so eine nervige Fähigkeit... Ich hab vergessen, dass wir Mario ja nicht mehr haben. Und keine Mario mehr? Nee. So was essen wir unseren Pommelstein. Hallo zurück! Hallo Kuchen! Wie ging das Geständnis? Alles gut gelaufen! Aber unsere Eichhörnchen sind jetzt mehr Eichhörnchen. Doppi hat vom Meister eine Socke bekommen. Alles klar, Mario. Ich hab noch viel im Dank, den Lört. Ich hab noch viele Leib, die Leib... Ich hab noch viel im Dank, den Leib. Ich hab noch viele Leib. Was weißt du eigentlich schon, was du morgens zeichnest im Stream? Äh, ich werde die E-Modes für Sub zeichnen. Mhm. Genau. Dann wird dir Sonntag wahrscheinlich kein Happy Pan zu werden. Aber trotzdem ein Speedrad. Ja. Muss man den Leitwolf killen, Mann. Wie lange musst du heute arbeiten, Cole? Hoffentlich nicht mehr allzu lang. Also ich weiß nicht, wie ist denn das Wetter bei euch? Bei uns scheint gerade vollgas die Sonne. Es ist echt angenehm warm draußen. Es ist 17 Uhr und hier ist schon wieder dunkel. Wie ist es bei dir, Yuki? Also das Wetter. Grau. Grau, kalt. Alles ist matschig, weil es wieder geregnet hat. Dann ist es gefroren, es ist warm geworden durch die Sonne. Heute Morgen war es sehr, sehr sonnig. Wie viele Knochen haben wir? Fünf. Fünf. Kannst du draufdrücken, dann sind die gestapelt. Nee, nee, nee. Wir machen auch rück. Kannst du da mal irgendwie mit der anderen Maustaste draufklicken oder so? Ich hab das mal gesehen, die sind hochgeflippt und waren alle direkt. Perfekt. Schade. Vier Stück. Wenn wir jetzt angreifen, machen wir mehr Damage. Also wir können einfach weitermachen, genau. So. Ein neues Schneeflöckchen. Hallo, Muffin. Hallo, Muffin. Hallo, Hermeline. Ja, ich krieg schon wieder einen eckigen Kopf, du. Ah, wir haben dieses Bild, aber wir müssen hier wieder neu starten. Äh, ja, mit dem Leitwolf ist es jetzt diesmal. Und wo muss der sein? Der Leitwolf muss hier sein und das Eichhörnchen muss da sein. Ja, dann zieht man ein Eichhörnchen und machen das. Ja. Aber wir können die halt nicht wegmachen. Musst du auch nicht. Okay. Haben wir fünf Knobel, ja. Siehst du? Kann man ein kleines Erdbeben. Und, let's go. Erdbeben. Perfekt, nächste Runde umgekehrt. Kann man genau so liegen, wie das war. Ihr sagt, also Eichhörnchen sind jetzt wehre Eichhörnchen, die werden dann älter. Aber die Verwandten brauchen. Nein. Eichhörnchen älter. Ja. Dann den... Geuer. Kann man eh nicht opfern, ja. Gut. Ich nehm's noch. Was ist passiert? Welcher Boss war der, Böse? Das war kein Boss. War das der Endboss? Also der Fallensteller mit den Golddingern? Oder den hattest du noch gepackt? Den hab ich noch gepackt. So, der mit den Eisvögeln. War der Fischer? Ne, nicht der Fischer. War ein normaler. Ja. Okay. Ergelisch. Haben wir überhaupt Fälle? Ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Am besten nimmst du immer das in der Mitte, weil da kriegen wir extra Siegel. Also so ein Wolfsfell. Genau, das reicht. Passt. Okay. Hör auf mit den Zähnen zu spielen. Du gehst schon. Sieh die Zahn finde ich gar nicht gern. Sieh die bitte mehr meiner Fälle an. Kann ich mehr. Tut mir leid. Bin gleich wieder der. Okay. Gucken wir jetzt mal, ob wir... Da. Können wir ein paar Zähne mitnehmen. Jetzt haben wir eine Blume. Du hast erst ein Ölgemäle gepflückt. Dir gefallen die Karten, die ich dir gebe? Gut. Okay. Bei uns ist es traurig und lahm. Das macht uns auch nicht lieb. In der Zeit kann ich euch ja mal zeigen. Wie die kleine Nudel hier liegt. Ist ja nicht knuffig. Vielen Dank. Ich hab nur in der Zeit, wo du jetzt weg warst, die Katze gebraut. Gaki-chan? Du kannst auch mal mich streicheln, immer wenn nur die Katzen gestreichelt. Ey, lass mich schlafen. Nö, der Kleine mag das wirklich, wenn man ihn anfasst. Also der ist wirklich eine komplette Knuddelkatze. So, wir haben jetzt die Blume aus dem Gemälder. Sehr gut, sehr gut. Erstmal die Karten gucken, gleich. Also du kannst erstmal Zähne... Oh, ich drücke die falschen Buchstaben, okay. Zähne, Hammer. Ja, Zähne, Hammer. Zähne mit dem Hammer. Oh, die ganze Rätsel musste man wieder neu machen. Oder war die schon? Nee. So, genau. Wir können jetzt halt wieder hierhin das Totem ändern. Ich überlege, ob das jetzt das Beste wäre. Zeig mal das Deck, was wir an Fähigkeiten haben. Den Wolf vielleicht übertragen. Dann hätten wir den Wolf weg. Der Ochsenfrosch soll weg. Der ist doof. Der Ochsenfrosch soll weg. Wir haben allerdings auch einen Wolfkopf als Totem, ne? Können sehr gut sein. Weil so können wir alle weiterentwickeln lassen. Wäre vielleicht besser als die Eichhörnchen, tatsächlich. Dann gucken wir mal, was noch rauskommt. Gehen wir mal heute auf Totemjagd. Ja. Die sind alle Mist. Nimm irgendwann irgendwas. Dann würde ich tatsächlich mal den Wolf und den Ding kombinaten. Weil jetzt kann unser krasser Wolf, entwickelt sich nochmal eine Stufe. Das heißt, der kriegt dann vier, drei. Nice. Bitte 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 bitte. Wissen Sie denn der Goldgräber sein, ne? Ja. Ja, ja. Genau, den Rauch haben wir jetzt. Ja, sehr gut. Der starke. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Was hat denn das Bild gesagt? Nichts gehört. Es kommt erst nächste Runde. Ja, also bis jetzt hat das Bild nichts mehr gesagt. Das war der Goldgräber. Das war der Goldgräber. Jeho. Sehr gut. Ja, ja. Wolfsfell. Dann ziehen wir ein Eich ein. Ja, kann man nicht. Dann spielen wir auf jeden Fall. Wo spielt er was? Also er hat hier seinen Backmulli wieder hier und seinen Kojoten dort. Dann spielen wir mal ganz links den Rauch. Dann kann der immer ruhig auf den angreifen. Und spielen. Nein, wir haben nichts zum Opfern. Den einfach dem Kojoten entgegen, dann haben wir schon mal einen Knochen. Beziehungsweise das Wolfsfell, was du willst. Beziehungsweise bei dem brauchen wir das Wolfsfell für später. Alles klar. Gut. Ne, ist gar nicht der Fell. Händler. Alles gut. Wollen wir machen. Ist sehr gut. Oh, der Felsbrot. Schade. Krass ziehen. Ja. Irgendwas zum Opfern. Mensch, ja egal. Kaninchenfall dagegen und let's go. Ciao, Fels. Komm jetzt. Haben wir es mit einem Opfer? Zwei Opfer. Zwei Opfer. Auch nicht schlecht. Wo spielen wir den? Der haut uns jetzt fünf Damage rein. Wir müssen jetzt Damage machen. Das heißt, wir spielen jetzt auf die freie Fläche den Wolf und opfern unseren Rauch und ein Eichhörnchen. Dann können wir auch noch die Stinkwanze spielen. Hier an den Wolf hin. Genau, wir spielen den Stink... Wir könnten auch den Lightwolf spielen. Wir können auch meine spielen. Wir können auch meine spielen. Wir können auch meine spielen. Und das Ding ist schon mal weg. Also wir sind wieder safe. Sehr gut. Oh, war's schon. Schade. Scheiße, dann könntest du dich ja gar nicht mehr entwickeln. Oh, das ist nervig mit der Fähigkeit. Wie mal einen direkten Damage. Ah, hätte mir die Wanze... Jawohl, die Wanze hat nix gemacht. Oh, das ist schwierig. Ja. Ist jetzt echt kacke, ne? Wir müssen ja ziehen eigentlich, oder? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5... Reicht nicht. Einfach, war einer. Beziehungsweise, wir können gewinnen. Stech dir dein Auge aus und greif direkt an. Fertig. Machen wir kein Ding draus. Gigi. Gigi. Nicht Langen schnacken. Schrauben gute Rants. Mach mal kein Auge, Danny. Hättig ein neues. Und jetzt nimmst du mal das mit dem Boppel dran, wenn es vielleicht kommt. Sehr gut. Auch eine gute Karte, aber wir nehmen auf jeden Fall den Gotto. Gotto auf Doom. Gotto. Gotto. Beziehungsweise müssen wir das Leuchteauge nehmen, um wieder den Ding freizuschalten. Dann können wir den anderen Wolf Auge holen. Next round. Ohne, dass wir scheitern. Ding würde ich lassen kommen. Ja, ich schimpfgebi. So, können wir jetzt noch irgendwas machen? Ja, jetzt können wir die Uhr machen. Ja. Yuki, nimmst du es? Nimmst du es nochmal. Wo bist du richtig? Jetzt nimm mal nicht die Fototeile mit. Genau. Let's go. Zehner. Ja, wir haben alles. Bis halt aufs Gemälde noch. Dann müssen wir noch ein paar Sachen machen. Ich überlege jetzt, was ist der beste Pfad? Item könnte man eigentlich eins nehmen. Braucht man nicht unbedingt. Also ganz links lang würde ich nicht, weil Totem haben wir eigentlich ein gutes. Ja. Ich überlege, ob wir auf die Combinate. Ich glaube, dann gehen wir jetzt links, dann rechts, dann wieder links. Paar Haken schlagen. Hm, ja, so am besten, ja. Nee, nicht drücken. Erstmal die Karten angucken. Jetzt könntest du nämlich theoretisch dann das Ding drücken, könntest du. Und dann würde es einfach rerollen. Machen wir aber nicht, wir nehmen einen Opfer in Anspruch. Sehr gut, okay. Spiegel ist halt doof, aber trotzdem eine gute Karte. Was macht die? Ähm, einfach vom Gegner nehmen wir den Angriff. Okay. Macht immer so viel Angriff wie der Gegner halt auch. Für Bechern. Das heißt, wir brauchen unsere Wolfskarten. Theoretisch wäre das gut, wenn wir die Fähigkeit vom Mantusgott auf jemanden anderen übertragen. Weil er ist jetzt keine Wolfskarte und entwickelt sich nicht. Beziehungsweise könnte man auch den Ochsenfrosch einfach loswerden. Was ist sinnvoller? Hm. Den Ochsenfrosch vielleicht auf den Truthahn, dass er sowohl fliegen kann als auch Flugabwehr. Wird er vielleicht den Stinkel machen? Oder ich überlege, ob wir den Mantusgott auf Lightwolf machen. Ja, das habe ich auch schon überlegt, ja. Oder den Mantusgott lieber auf einen normalen Wolf und dann hätten wir eine richtig kranke Karte, die dann halt 9 Damage macht oder wenn nicht sogar 12. Ja. Ja, dann machen wir richtig, richtig, richtig krank. Könnten auch auf den Wolf, dann wäre der auch gut. Der braucht ja dann nur ein Opfer, dann macht er auf jeden Fall schon mal 6 Damage. Und entwickelt sich noch. Ja, perfekt. Ja. Dann macht er 3 Damage, ja. Also ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Manifisikus, Manifisikus, ich kann seinen Namen nie aufsprechen. Manifisikus, irgendwie so, ja. Mani, mani, Fischikus. Ja, perfekt. Ja, erste Runde gewonnen, GG. Ja, nice. So gehts. Halt. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Na, daslin. Ba 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 ba. Wah, leider ist auf jeden Fall. Nicht sog schnacken, koppelnacken! acompañechen into... Wolf into gewonnen. Egal, gewonnen. Rört mal spielt City Skylines so so. wir werden die nie entwickelt sehen sehr gut jetzt können wir unsere fälle loswerden hoffentlich gute karten einmal das kaninchen hoffentlich und wolfs cup der super ist keine einzige wolfskarte alter wie viel pech kann man haben ja überlegen was macht dann noch mehr sinn das opossum wäre einfach zu spielen hätten wir zwei opossums dann kann man die auch kombinieren der stachel wäre nicht schlecht bin ich weiß nicht ob das jetzt was bringt wir brauchen den ring wo man auf jeden fall mal für später aber ich würde jetzt glaube ich bringt es noch nichts immer kommen jetzt aber mit einem guten siegel der wolfskarte jawohl aber der fliegt oben links ist schon mal krass der macht zwar also zwei damit weil er links und rechts angreift das ist rechts genau dann hätten wir noch mal ein opossum mit stacheln wäre auch fein dann haben wir einen hirsch den fliege mit dingen wo das ist die beste karte und links die müssen wir nehmen das ärgerlich wegen dem wolfs jungen aber trotzdem so viel karten wie wir auf der hunter macht die damage und die kommt immer wieder zurück also von dem her ist das eine saugute karte können wir auch immer opfern das wird unser win werden so wir gehen in der rechts war du in to the fire ja ja weil items brauchen wir glaube ich ehrlich so bis karten wir sind abgehackt kraft steigern kraft wen machen opossum haben wir nur einmal ich dachte wir haben es jetzt das zweite mal gezogen ne wir haben es nur einmal jetzt ähm vielleicht sind wir ich überlege ob wir den wolf aber weil der ist ja eigentlich schon instant bin der nicht ja wolf wäre natürlich extrem krass ne ja aber das bringt ja immer nichts und nur auf eine karte die ist sowieso wir haben wenn wir die ziehen haben wir gewonnen so das reicht also weißt du brauchst du nicht mehr rein buttern ich überlege ob wir den leitwolf noch krasser machen weil der entwickelt sich eh und wenn er mit zwei startet dann wird er eine dreierkarte was super krass ist und dann gibt er links und rechts noch einen angriff also macht die halt auch mal zu einer sehr 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 guten karte das stimmt so ist sie nur okay ja dann nehmen wir einen leitwolf weil der kostet eh fünf knochen und da kann dann auch schon mal was drauf haben ja ja kraft so auf geht's kraft die wird der nix ja da ist wohnen na la ja 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 bla 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 wir weißen es wir wissen es so wie wir haben da tatsächlich nur noch ein item ich weiß ich würde ihn aber eins daneben dann spielen ja hatte ich vor sonst wäre ein bisschen ja ja ins gedächtnis rufen so spiel ich damit alles klar curry 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 mit curry soße mmmmm yummy ich habe die erledigsten fälle ich würde tatsächlich nur sein standard fälle nehmen und weitergehen das hier ja ne wir müssen ja sein kaninischen fälle nehmen ich überlege sollen wir nochmal karten ich weiß es kann ja auch nervig sein aber so viele karten ja nimm wolfsfälle einmal reicht falls wir noch mit einer händlerin kriegen gehe einfach weiter ok ich weiß es man kann ja sein deck immer zu ballern aber du hast ja das letzte mal schon gemerkt das ist nervig wenn wir die ganze zeit diese wolfsfälle ziehen jetzt kriegen wir items sehr gut ich würde die schere nehmen muss man den mal nehmen ja das würde lösen aber gucken was passiert ja bin ich dafür normaler gegner ja ja Also wir haben den hier, Bruton, Kaninchen, Eichelchen. Eisburger, Eisburger, Coyote. Das heißt, wir machen aber nur zwei Damage. Das ist schon eine Gesundheit. Wir könnten, ja. Ja, ja, den spielen wir auf jeden Fall. Ich überlege nur, wo wir hin. Gegen seine Vögel oder gleich ganz links und direkt. Das wäre, glaube ich, am meisten. Ja. Dann ziehen wir einfach und machen weiter, ja. Wie ziehen wir? Kann ich ziehen, ach doch. Kaninchen into Tentakel und einfach weiter. Dann ziehen wir immer eine Karte, damit er mehr Damage kriegt. Kaninchen. Äh, Eichelchen, sorry. Hirn. Das sind vier Damage. Wir machen jetzt drei. Kommt mal so ein blöder Vogel. Kaninchen? Äh, Eichelchen? Ja, dann fang die Furst, egal. Sagen wir mal das Gefäß da mal nutzen. Ja. Danke fürs Vorlesen. Achso. Entschuldigung. Das hatten wir ja noch nie, deswegen dachte ich. Achso. Ja, also er hat gesagt, dass wir das Gefäß wirklich generell nicht verwenden können. Und es gibt gar keine Verwendung dafür. Und es ist unmöglich für uns zu verwenden. Deswegen stellt er es erstmal da oben aufs Regal. Mein Rat, halte dich fern davon. Okay, das werden wir ignorieren. Ja, natürlich. Let's go. Wir kriegen jetzt... Ah, der fliegt. Haben wir verloren? Er macht sechs Damage. Dun, 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 dun. Knabe Sache. Jetzt was zieht man. Ist egal. Wir machen eh mehr Damage. Wir müssen halt nur gucken, wenn wir jetzt vier Damage machen. Das geht aber auf sein Vogel. Dann macht er uns aber mehr. Wir müssen die Karte zerschneiden. Dann zerschneiden wir seinen Kojoten. Dann macht er zwei Damage. Wenn wir angreifen, ist der tot. Dann sind wir aber auch tot. Das heißt, wir müssten was spielen. Das heißt, wir spielen jetzt den Leitwolf neben den Kartenlegetypen. Achso, wir haben Knochen. Ah, ich dachte, der braucht nur ein Opfer. Dann müssen wir jetzt auf Knochen spielen. Wie machen wir das? Können wir nicht, weil die fliegen. Ja, wir haben verloren. Wenn wir jetzt einen Zahn ziehen, kriegen wir trotzdem zwei Damage und sind tot. Ich glaube, wir haben so oder so verloren. Durchgreifend Schmerzen. Ja, und was bringt es uns? Wir greifen ja beide mit einem Damage an. Wir kriegen die Waage nicht auf die andere Seite. Das ist das Problem. Ja. Das ist das Problem. Ja, schade. Wir hätten aber auch nichts anderes machen können. Wir hätten nur auf die Dinger spielen können. Das ist mit dem Coyote nur nervig. Was ist das mit dem Pilz? Das bringt uns nichts. Da kriegen wir nur eine doppelte Karte, weil wir haben keine Karten, die wir kombinieren können. Links wäre meine Karte los. Das ist auch nervig. Ich würde eher rechts lang gehen. Dann kriegen wir zumindest eine doppelt. Dann können wir noch eine Wolfskarte nehmen. Mhm. Ja, sehr gut. Auch mal nett. Okay, entweder nehmen wir Leichenmaden oder wir rerollen, wenn wir aufs Kleeblatt drücken. Also ich würde eher rerollen, weil wir haben so viele mit fünf Knochen. Ja, aber der spielt sich auf uns selber. Das ist ja das Coole. Wenn wir den auf der Hand haben und um das stirbt auf dem Feld, spielt er sich automatisch. Wir können das Siegel dann übertragen. Wir könnten das Siegel dann... Oh ja, nehm ihn, nehm ihn. Das Siegel dann auf den Wolf übertragen, dann können wir automatisch einen Wolf spielen. Und unsere Wölfe sind ja krass. Ja. Du gerietest in eine Gruppe dicker, streng riechender Pilze. Du knifst die Augen zusammen und bemerkst eine Gestalt in einer dichten Sporenwolke. Wir sind die Pilzkundler. Ja. Ja. Und wir führen unsere Experimente weiter entfernt von... Von... Wir sind sonst nirgendwo willkommen. Wir werden mit deiner Schar experimentieren, ja? Wir werden zwei gleiche Kreaturen brauchen. Eine für jede von uns. Oh weh, du hast... Du hast keine doppelten Karten. Nimmst du eine von unseren? Wir werden sie nächstes Mal verwenden. Ach, come on, Alter, die in der Mitte. So ein Bullshit. Gib uns Wolfgarten. Wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, wir gewinnen den Kampf jetzt. Ohne Items. Komm bitte gleich den krassen Wolf in der ersten Runde, wäre super. Ja, bitte. Ein abbrackigen Teich sei von ungeschlachtem Mann mit den Füßen im dunklen Wasser. Hau rein, Yuki. Gib ihm. Ja. Zöger deinen Tod nicht heraus. Ich meine, unseren Wind. Ich bin der anderen Fisch. Ich gehe. Scheiße. 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 Da ist so. 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 Er fliegt mit einem Damage, sonst machen wir nix. Den wieder ganz links und let's go. Meine Güte. Jetzt ist das meine ich halt. Unser Deck ist vollgemülden. Jetzt werden wir erstmal bestimmt ein paar Kaninchenfälle ziehen, bevor wir unsere Wölfe ziehen. Das ist immer sehr nervig. Wir haben eigentlich ein gutes Deck. Aber wir ziehen halt gerade echt kompletten Mist. Wir müssen ein Eichhörnchen oder Kaninchenfälle können wir dem geben. Okay, dann ist die Kass. Immerhin. Kaninchenfälle. Am besten sei mit Eisvogeln entgegen. Genau. Und let's go. Wieso? Ah ja, lange. Boink, boink. Und tschau. Jetzt meins. Fisch B. Ähm. Eichhörnchen? Egal. Sicher? Wir können ja den Wolf dann spielen. Ich überlege, ob wir einfach auf Wolf gehen oder auf unsere krasse Karte, die wir mit Stärken, wenn wir mehr Karten haben. Dann ziehe einfach mal ein Eichhörnchen für später. Und letztes Mal einfach angreifen. Weil er macht dir im Endeffekt dann mehr Damage. Ja. Genau. Und jetzt haben wir nächste Runde nochmal ein Eichhörnchen und dann hat der Tentaclo gewonnen. Naja, er zieht sich jetzt einfach rüber, wenn wir nichts spielen. Nein, weil wir gewinnen. Okay. You have to trust me, Yuki. I'm a professional encryption duelist. Ich bin mir da manchmal nicht sicher. Was? Immer wenn ich weg bin, verlieren wir. Wenn ich da bin. Verlieren wir auch. Köder. Man hat Warte. Da wird so sein Hai. Okay, Butterchen, wir trinken was. Wir haben dich übrigens als Karte erstellt, Butterchen. Ich habe egal, Meeke gekriegt. Ist gut geworden? Mh, ja. Eine wunderschöne Idee. Hello, Butter. Butter. Aber wir haben sie bisher noch nicht gefunden. So, was ziehen wir denn jetzt ab? Was krass ist. Dann spielen wir auch den Wolf ganz rechts und geben ihm mal richtig. Können auch der Flug, aber haben keine Knochen mehr. Also, zwei Älchenchen spielen und den Wolf überwommen. Into the Wolf, genau. Wo ist eigentlich egal. Du solltest zwei Älchenchen spielen, genau. One display. So. Let's go. Fischki. Boing, boing, boing. Boing, boing. Jetzt werde ich da. Vier Damage haben wir gewonnen. Easy. Egal. Können wir den auch noch spielen? Jo. Proverkill. Perfekt. Egal. 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 Wolf alt. Wolf alt besiegt. Wolf alt gut sein. Ja. Ja. Schaffst du ein Licht? Hier bitte. Ja bitte. Gebe her. Kriegen wir ein neues Auge auch hier? Ich fand die selbst aber Larve so niedlich. Den Gag können wir halt immer spielen. Ne? Tegi? Tegi? Jetzt bin ich wieder da. Ah. Die Larve ist krass. Gag ist auch gut. Der Gag könnte uns in dem Deck schon helfen, aber die Larve ist halt... Ich fand die Larve halt ziemlich cool. Ich hab die halt noch nie digitiert gesehen. Ja. Dann nimm mal. Dann nimm mal. Genau in solchen Momenten wieder sind wir da brechen muss. Ich krieg's kurz. Ich krieg's kurz. Schneegrenze. Rerollen würde ich sagen. Also mein Leben. Nimm mal den Truthang Geier. Dann können wir den kombinaten. kombinaten. Dann müssen wir in die Mitte. Wir haben so ein schön vollgeklatschtes Deck. Mhm. Schwein. Das ist gut. Krach. Ja. Aber wir haben eigentlich sehr... Ja genau. Sehr gute Damage Dealer. Awesome. Das heißt... Wir ziehen auf jeden Fall eine Eichen nächste Runde. Das heißt, wir können diese Runde nichts machen und kassieren komplett. Schwierig. Das blöde ist, dass wir ein gutes Wolf Deck haben. Das andere blöde ist, dass wir auch auf Knochen gehen. Wir haben grad wieder dieses typische, wie es in Akt 2 war, dass wir auf zwei Sachen gehen, die uns nicht wirklich viel bringen. Ja. So. Der entwickelt sich. Der auch. Ich überleg, ob wir nämlich die Ziege gleich spielen und mit der Ziege direkt in den Wolf reingehen. Auf jeden Fall krass ziehen, dann können wir das sowieso machen. Ja. Okay. Wir machen das mit dem Wolf, würde ich sagen. Mhm. Wie machen wir das denn jetzt? Genauso. Eichhörnchen into Ziege into Wolf. Ah ja, so war das. Und den Wolf holen? Oh, oh, oh. Oh, oh. Den Rahmen weg. E-ne. Dann kommt eh nächste Runde der Ding, ja. Naja, wo sonst den anderen Rahmen kann ich hier mehr angreifen. Dann Opossum können wir sogar spielen. Und Opossum muss dann eigentlich... Ja. Aber wird getötet. Dann spielen wir's noch nicht. Dann spielen wir's nächste Runde. Safe. Safe for work. Dumm dumm, zwei Damage. Jetzt müssen wir austeilen. Das Opossum. Dann ziehen wir ein Eichhörnchen. Kann wir die Larve hier spielen? Können wir? Machen wir auch. Stimme verlassen ich nicht. Sollen wir das Opossum dann hier spielen? Beim Staffelstuhl? Ja, stimmt dann, ja. Aber wie viel kassieren wir? Wir kassieren ein Damage. Wir müssen nächste Runde auf jeden Fall austeilen. Werden wir aber auch. Okay. Perfekt. Boink, boink. So. Ziehen wir auf jeden Fall mal... Krass. Dann spielen wir so Opossum. Ja, bringt uns ja nix sonst. Der macht aber kein Damage. Ist einfach nur vorder... Aber ist halt so. Wir machen eh vier, er uns eins. Ja. Obwohl er fliegt ja eh drüber. Das heißt, er macht uns drei. Aber wir sind trotzdem... Ähm... Da ist doch ein... Ja. Wir könnten den auch opfern. Und den da spielen. Aber trotzdem machen wir nur eins und er macht zwei Damage. Ja, dann machen wir zumindest... Ja. Machen zumindest mehr Damage als sonst. Let's go. Jo. 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 Ich musste nur mein Tracking-Device nochmal neu einrichten. Perfekt. Goink, goink. Dunk, 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 dunk. Dunk, 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 dunk. Ja, Ziddle. Das ist halt echt krank, ne? Sieben Damage. Wow. What's in, man? Umfliegt. Nice. B-m-m-mein. Machen wir mal krass doch. Na, ist ja wurscht. GG. Kannste halt nur, wenn sie sich auch in Ruhe entwickeln kann. Ja. Ist so ein bisschen der Nachteil. Aber trotzdem cool, dass es auch so Sachen gibt, die sich über drei Runden entwickeln. Jetzt gehen wir in die Mitte. Ja, ja. Wir müssen jetzt irgendeine Prüfung bestehen. Also entweder selten oder... Angerüst. Sokulant ist zum tintenschwarzen Eingang einer Höhle. Ein seltsamer Bestie lauert hier drin. Die krechzende Stimme sprach sie, bestehe einer meiner Prüfungen und ich gehöre dir. Yuki heute in Leselaune. Drei Kreaturen werden vor deinem Stabe gezogen. Sie entscheiden über deinen Erfolg oder deinen Scheitern. Und sie führt fort. Doch zuerst wirst du eine Prüfung wählen. Haben wir nicht so viele. Angriff... wir könnten auf Angriff gehen. Leben haben wir auch nicht so krass viele. Ja, Angriff ist glaube ich das Safeste auf das wir gehen können. Das glaube ich auch. Mit den Wölfen. Mit den Trutern. Eigentlich schon. Jetzt kriegen wir bestimmt nur diese Spiegelkarten. Ja wahrscheinlich. Möge die Prüfung der Kraft beginnen. Ja oder Hasenfälle, weißt du? Können leider auch sein. Ja komm! Yes! Null von der Karte Kaninchenfell. Drei von der Karte Truthutharnharngeier. Drei von der Karte Woll. Du hast die Prüfung bestanden. Ja, habt ihr das alles erwartet? Die Bestie zeigt sich. Es war... Ja. Die Natter... Aber dass sie zwei Dinger braucht. Ist eigentlich geil, weil der Gegner macht... Wenn sie nur noch einen... Also weniger Damage. Und wird instant getötet. Eine fliegende Ziege... Könnte auch ab und zu mal gut... Also fliegen bringt halt gar nichts mit der Ziege. Ist halt echt useless. Ich überlege ob wir die Ziegen nehmen. Nehmen wir die Ziege für die Knochen... Oder die Natter. Ja, für die Knochen, aber eher für die Blutpunkte. Ne, also ich würde sie dann opfern, wenn wir sie opfern können. Achso, ja, natürlich. Ja, nimm mal die Ziege. Die Natter. Schwarze Ziege mit Bewohner... Kann zu meiner... Menagerie hinzu. Zu deiner Menagerie. Haben wir denn da oben irgendwas zum Opfern? Ne, ist nicht dabei. Oder was ist das links? Ne, ist nur kombinieren. Schade. Brauchen sie auf wasch rein. Aber jetzt machen wir erstmal hier den Rot-Rotan-Hahn. Genau, da haben wir erstmal einen weg aus dem Deck. Die sind eh nervig. Du gerätest in eine Gruppe dicker, streng riechender Pilz. Jetzt kommt der gleiche Text wie vorn. Kannst dir nochmal vorlesen. Vielleicht noch ein zehntes Mal. Vielleicht noch ein fünfzehntes Mal. Du hast uns zwei gleiche gebracht. Und ignorierst einfach deinen nörgernden Mod im Hintergrund. Und ja. Wir würden gern experimentieren. Auf jeden Fall rechts. Weil links bringt uns gar nichts. Außer, dass sie zwei Leben mehr halten. Wow. Die wird jetzt richtig krank. Ich bin... Ich müsste jetzt sechs, sechs Damage machen. Also sechs Damage und sechs Leben. Ja, das könnte wunderschön werden. Uh, Pilze. Oh ja. Sieh weg! Flatsch, 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 flatsch. Nice. Das nenne ich mal ne gute Karte, du. Die Karten Truthahn, Geier. Sie sind jetzt eins. Jetzt heißt es wirklich Truth, Truthahn, Hahn, Geier, Geier, weil... Doppelt, doppelt. Truth, Truthahn, Hahn, Geier, Geier. Ich wusste es! Puh, gehen wir nochmal das Ding machen. Nochmal so ne Prüfung. Das ist halt echt die Frage jetzt. Was? Ja, moin. Die werden auch immer krasser. Was haben wir denn? Wir haben... Der spielt sich von selbst. Der ist gut. Das heißt, wir spielen Hamelin auf jeden Fall auf so ein Ding. Was hat der für ein Siegel? Kein Siegel, gell? Ne. Der Hamelin springt eh. Ach, nervig. Das ist so ein nerviges Totem. Also so ein nerviges Symbol. Frosch macht der... Hamelin macht keine zwei Damage. Das ist ja auch nur eins. Nur eins. Dann machen wir lieber den Ochsenfrosch. Ochsenfrosch da links, wo wir hinspielen können. Links mittig. Glaube die hier als Sprung in der Schüssel. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich wiederhole mich gerne, gerne, gerne. Natürlich muss er in der nächsten Spiel. Oh, wir hätten das bisschen anders. So, hätten wir es anders. Nehmen wir auf jeden Fall ein Eichhörnchen. Dann spielen wir ganz rechts das Eichhörnchen. Eichhörnchen. Into Hermelin. Into Schwein. Into Schwein. Into Schwein. Items. Into Leichenmarde. Ne, bringt uns. Ich dachte, wir hätten den Lightwolf. Dann hoffen wir, dass wir den jetzt ziehen. Der macht der einen Damage. Der kriegt einen Damage. Der ist... Zwei Runden erst besiegter. Oh. Die kassieren zwei Damage. Ja. Gut. Zumindest hat er den abgewehrt. Guck. Das ist halt das coole an der Karte, dass ihr dann gespielt wird. Gleitwolf. Okay. Wir opfern... Wen opfern wir von den beiden? Die Leiche. Oder den Hermelin. Hermelin ist eh tot. Dann den Hermelin. Das ist besser. Und dann den genau dahin. Und dann ist der... Grassiert halt leider eins. Aber dann ist der besiegt. Gut. Boing, boing. Aua. Oh, okay, den da hin. Ciao Baum. Drei, drei. Nice. Und der kriegt sogar... Wird sogar gehealt. Ne, er hätte sogar drei, vier. Krass. Und wir ziehen krass, weil da haben wir eh nix. Perfekt. Jetzt können wir den leider nicht gut spielen. Sondern immer nur so Ding. Was macht mehr Sinn? Ja, macht am meisten Sinn. Haben wir sogar gewonnen? Der besiegt den. Ja, wir haben gewonnen. Nice. Nice. Hey, du hast den Sand verloren, ja? Nimm den Gefäß wieder mit, Jan, ja? So. Gehen wir auf Combinaten? Oder gehen wir auf Items? Das Ding ist halt nervig. Oder holen wir uns sicher eine Karte und gehen ans Feuer. Gucken wir aufs Deck nochmal. So viele. Normalerweise reicht, wenn man eine Reihe hat. Pff, diese ganzen Zintakeldinger nerven. Ja. Das Ding können wir eigentlich gut kombinieren. Wie meinst du? Na, die Fähigkeit können wir zum Beispiel hier auf den Wolfen draufflaschen. Das geht nicht. Nur wenn es eine originale Fähigkeit ist. So wie jetzt bei der Ziege unten das Symbol. Mhm. Sobald es so eine aufgedruckte Fähigkeit ist, geht das nicht. So habe ich es zumindest verstanden. Okay. Wir könnten dir aber trotzdem hier auf die Ziege zum Beispiel gehen. Das heißt, immer wenn wir sie opfern, kommt sie wieder auf die Hand. Konnichiwa, Rocksaya-jin. Ähm. Rocksaya-jin. Konnichiwa. Hallo, hallo. Ein wunderschönen Tier. Ich hoffe, es geht dir gut. Wen wolltest du jetzt kombinieren mit? Ich wollte jetzt versuchen diesen Tentakel. Hier, das hier. Auf die schwarze Ziege. Weil zwei können wir ja immer drauf machen. Wird wahrscheinlich nicht gehen. Du könntest ja probieren. Mhm. Trust me. Arme Professional Card Gamer. Wir können. Was können wir? Gankies. Wir müssen diese blöden Fälle loswerden. Das heißt, wir müssen jetzt siegeln, siegeln. Der Ochsenfrosch kann gerne weg. Ja. Äh. Die ganzen Tentakel können weg. Die ganzen Fälle können weg. Dann hätten wir ein super Deck. Diese Leichenmarder. Leichenmarder können wir irgendwo rauf klatschen. Da bin ich deiner Meinung. Und zwar auf den krassen Wolf. Dann gehen wir auf Combaiden. Nicht auf den. Ich würde sogar auf den normalen Wolf machen. Weil dann haben wir die Zweierkosten ausgetrickst. Oder sogar auf den Truthahn. Was auch mega wäre. Dann können wir einfach instant eine sechster Karte spielen. Let's go. Gehen wir da. Hm. Links, links. Hm. Mama. Gehs. Mir geht's ganz gut. Boop. Zwei Wölfe sollten wir hinkriegen. Wenn wir jetzt Glück haben. Knochen würden wir mit dem Truthahn instant schaffen. Beziehungsweise mit dem Opossum und dem Leitwolf auch. Beziehungsweise der Leitwolf gibt uns ne gute Chance. Und wir hatten noch eine mit 5. Den anderen. Die Leichenmarde. Ha. Knochen oder Wolf. Du entscheidest. Das ist jetzt einfach nur ein reines Glück. Fifty Fifty. Naja wir hätten ja den Tod haben. Wir hätten einige mit Knochen. Aber ich glaube ganz links ist glaube ich alles gemeint am besten. Es muss nicht mal nur ein Wolf sein oder? Zweimal das gleiche oder zwei Kante. Da gibt's keine Erklärung wenn du drauf klickst oder? Ne. Ne. Dann ich würde auf Knochen. Knochen hat mich gebubt. Wo hast du mich da hingebubt? Guck mal meine Wicht über die Nase. Ja. Easy. Jaaaa. Ich glaube dass wir den Siegel hätten wir auch geschafft. Wir hätten Käfer und Wolf gehabt. Nice. Du hast bestanden. Nice. Bitte was gutes. Weißer Hai, Schnappschildkröte, junger Wolf. Ja wir nehmen den Jungen. Obwohl die Schnappschildkröte instinkt. Ja komm Schildkröte. Ne Kröte. Ne. Drei Opfer. Warum halt die Ziegel dafür. Ein Scherz Deli-Chan. Ne kann ja auch gut sein. Kann ja auch gut sein. Das ist ja nicht verkehrt zu fragen. Links. Ja links. Und jetzt die Leichenmarder. Genau. Ja. Wie geht es dir heißt das? Ja ich weiß dass es heißt wie geht es dir. Deswegen habe ich ja geantwortet gehabt. Auf japanisch. Aber wie gesagt mit mir geht es gut. Wie geht es dir denn? Also ganz gut. Hast du schon was stimmt. Alles klärt. Hab ich schon gefragt. So. Wir wollten die Fähigkeit auf den Wolf. Ja. Ja. Ich habe gerade überlegt eben Truthahn oder Wolf. Ich warte eigentlich schon weiter. Tut mir leid. Mach mal 6 Damage. Mit dem Wolf machen wir dann wenn er sich entwickelt sogar 4 Damage. Und der Wolf hätten wir uns die zwei Opfer dann gespart. Die er braucht. Nicht der Leitwolf. Wenn dann der normale Wolf. Ja. Oder eben der Truthahnahn. Dann haben wir halt gleich eine krasse Karte. Dann wäre die schon mal OP wenn wir die ziehen. Ja. Du entscheidest wer von beiden. Ist beides gut. Ich nehme schon den Truthahnahn. Der sieht schon so verstümmelt aus. Der kann doch nochmal. Haha. Der Arme. Sehr nervös. Ach jetzt weiß ich wie du das meinst mit den Siegeln. Oh. Hat aber lange gedauert hier. Ja. 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 Ist ok. Alles richtig. Alles gut. Warst du mit Siegeln? Ne. Ne. Es ist in Ordnung. Was denn? Ja du meintest man kann die Leuchtensiegel nicht übertragen. Ja. 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 Achso das hattest du vorher nicht ganz gecheckt. Ja. Ok. Schon wieder der Gegner. Immer der gleiche hier. Ähm. Was haben wir auf der Karte? Die Spiegel oder die mit den Karten? Äh. Karten. Mit den Karten. Die auch immer wieder kommt. Ja. Spiel mal die. Spiel mal die. Spiel mal die. Spiel mal die vor so nem Raben. Ja. Let's go. Geht's. Go. Machen wir schon mal nen Raben weg. Hm. Ist krass ziehen oder Eichhörnchen? Eich. Krass. Krasses Eichhörnchen. Egal. Ah. Sehr gut. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten bis er uns mal was tötet. Das heißt wir könnten Eichhörnchen. Opfern. Jawohl. Dann würde ich da. Der fliegt drüber. Den Eichhörnchen. Hätte ich gar nicht gespielt. Das wäre jetzt. Mal ein bisschen missplayed. Hm. Mh. Der ist. Aber dann kommt doch der Truchmannhahn rüber. Ja. Kann man auch nicht. Ja. Ja. Aber ich denke erst die Schildkröte. Mal gucken. Mal gucken was zuerst gespült wird. Und dann tatsächlich auch noch unterschätzt. Das sind und sie auf die Schildkröte kommt doch mal drauf. Tog das rein. Weg kriegt. Perfekt. Welcheransfer Pasche Räumchen der die Schildkröte? Guck mal. Das ist meine Nase. Ich wurde schon wieder geboobt. Erwin, meine Arme Nase. Nasenboob. Ich habe Nasenbruch schon. Nasenboobs. Sag Sie, jetzt können unsere Fälle endlich loswerden. Nimm sie, nimm sie. Gib mir ein paar riesige Fälle. Rasenfälle. Wolf. Das ist tatsächlich das Beste. Der Biber. Ach, Wolf. Wolfsfälle. Ein Leitwolf, den wir immer opfern könnten, ist nicht verkehrt. Ein Wolf, der immer wieder kommt, ist auch nicht verkehrt. Aber wir haben ja jetzt schon so viele Wölfe. Die anderen Symbole sind nicht so. Tatsächlich würde ich für den Leitwolf gehen. Spank me, Teddy. Gehen wir für den Leitwolf. Gerade mit unserem Toten. Darcy, danke schön für die Bits und das Spank me Teddy. Spank me Teddy. Spank me Teddy. Ja, wenigstens bubst du mich oberhalb meiner Nase. Das ist richtig, ja. Also gehen wir weiterhin auf den Leitwolf, weil wir ihn immer opfern können. Und wir haben ja wie gesagt schon nur Wolf. Ja, ja. Let's go. Ich überleg nämlich, ob jetzt, wenn wir zum Pilz gehen, die Wölfe kombinieren. Nice. Da haben wir einen Wolf weniger, aber dafür... Items hätte man leider nur eins. Das wäre halt schon wichtig für den Boss theoretisch. Aber wenn wir die loswerden, ist halt auch gut, dass wir besser mit Karten ziehen. Gehen wir auf gut Lack auf den Pilz. Okay. Wir müssen sie jetzt kriegen. Wir haben jetzt die Tentakeln und die Wölfe müsst ihr uns anbieten. Ja. Zeigung. Haben wir jetzt auf jeden Fall einen sehr, sehr starken. Die Leitwölfe brauchen wir so wie sie sind, würde ich sagen. Der eine ist eh geboostet. Und dann machen wir die zwei, ja. Das müsste jetzt auch eine 6-4er-Karte geben. Ja. Leider ohne Fähigkeit, aber für zwei Opfer ist das sehr gut. Nice. Nice. Wolfie. Wir denken an dich. Wir buffen dich. Ja. Wir denken an unseren Wolf. An Mario und an Wolfie. Genau. Oh, Cory ist auch eine Eiswölfin. Dankeschön für eure Biddies. Danke, danke. Beide. Hä, wir dachten mal ein bisschen Cooldown drauf. Jetzt kommen doch beide gleich zurück. Cooldown haben wir ja. 10-15 Sekunden, glaube ich. Echt? Aber die kamen jetzt gleichzeitig. Zumindest wurde es mir so im Chat angezeigt. Nee, bei mir nicht. Ah, okay. Also wir haben den Rauch. Ein Mann stand vor dir. Ein Mann, den du gleich erkanntest. Ja, wir kennen doch den Fallen. Es war der Fallenste. Wir sind kurz vorm Boss tatsächlich. Wow. Du strecktest den Arm aus und seine Ware zu begutachten. Doch er hielt dich auf. Mhhh. Tut mir leid, aber heute wirst du das verliefern. Nice. Sehr gut. Nice. Sehr gut. So. Helst mich nie. Ich mag nie rennen. Ich bin vor mich schocki. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Den Rauch auf jeden Fall ganz rechts. Dann können wir die Falle mit auslösen. Unsere Knochen erhöhen. Und da müssen wir nachher den Wolf dann auch hinspielen. Ja. Nur... Was machen wir? Ziege jetzt spielen. Ziege überlebt eine Runde, oder? Wie viel Leben hat die? Eins. Ah, scheiße. Dann müssen wir das alles nächste Runde machen. Ich bin auch schocki. Ja, dann würdest du bei mir mal... Dann kann ich mir jetzt 2 damage. Ja, weiter. Boop. Boop. Wo ist der? Wie viele brauchen wir eigentlich? Kriegen wir aber noch. So. Das heißt, wir spielen jetzt Eichhörnchen into... Ähm... Ziege into Wolf. Und haben direkt die erste Phase fast gewonnen, weil dann kommt noch der Frosch. Das heißt, wir können eigentlich krass ziehen. Jaaaaa... Ist eigentlich wirklich wurscht. Genau. Also, Eichhörnchen into Ziege, ganz rechts an alles. Genau. dann auf jeden fall da zum tattoo dann spielen die freie fläche dann jetzt entwickelt er sich noch wir müssen jetzt die anderen einfach loswerden das heißt wir können ein schönchen in to dis und in to light wolf ja ein schönchen und zwar in das mitte linke genau dahin spielen wir sind karten typen genau in karten opto tentakel und direkt daneben dann die leitwolf also beide geboostet gewonnen und die beiden sind weg dann kriegen wir auch noch zwei fälle weil die angreifen dann können wir auf jeden fall mal krass ziehen haben wir drei fälle und drei fälle sollte reichen zum instagram perfekt brauchen wir nicht spielen indem wir uns auf blablabla und den plan kennen wir doch dann ist der weg der ist leider nur angedamaged da haben wir zwei fälle aber es reicht hoffentlich nichts was springt so wir haben tatsächlich den hund der hund muss weg und der wolf muss weg das war's dann haben wir gewonnen ja als drittes würde ich dann noch die schnader schlange die klapper schlange lieber lieber die klapper schlange alles klar danke entschuldigung ich habe mich gelesen alles gut wir haben eh gewonnen hätten wir halt nur overkill noch machen können weil der leitwolf noch mal angegriffen hätte aber jetzt können wir gucken ob ein eichhörnchen eichhörnchen stinkwanze und dann vielleicht noch ein wolf genau dazwischen also da wo die eichhörnchen ist dann den wolf perfekt gg und bunt 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 soo das heißt wir kommen jetzt zu löschen nats wir haben aber noch nicht das zweite bei der doch haben wir das kind das kind Deli ja geistert mich jetzt wirklich nicht so nimm mit das Kind ist toll das Ende ist nah ja wir stehen vor der Hütte wir haben immer noch keine Butter bekommen ey mhm werden wir auch nicht mehr wir könnten jetzt wie viel Fälle haben wir erstmal im Deck gucke man kann nix machen vielleicht 10 Euro da versteht 4 schlussendlich um sie lassen drück doch mal drauf also verschlossen lassen halten ganz auf den Korken ganz oft drücken was willst du es wäre vielleicht ganz wichtig kann das sein doch das Auge des Meisters bedeutet das dass der Meister mich sehen kann Magnificus kannst du mich sehen kannst du mich befreien ach es ist geschafft der Meister ist frei oh das Ende muss jetzt nah sein wenn Magnificus frei ist muss es nah sein ach den anderen verlieren zu sehen das hat mein Schmerz wirklich gemildert einen alten Rivale von mir dieser Fischer diesmal hat er mich geschlagen doch ich werde noch eine Chance haben ich will ich will du hast die Uhr geöffnet vielleicht spielen meine glibberen Augen mir streiche aber hast du nicht etwas übersehen nein da hast du gut daran getan die Türen dieser Uhr zu öffnen doch ich fürchte du hast einen wertvollsten Inhalt äh unangetastet gelassen äh er gibt uns nur den Hinweis ok du hast etwas im Gehäuse dieser Kuckucksuhr liegen gelassen kack diese Qualen du hast gut daran getan die Türen dieser Uhr zu öffnen kack der Kalle Parade ja Let's go immer sind wir uns nein so gut ob uns können wir nicht ganz kurz auf Tonnen gehen ich möchte Fänger ich werde mal Arbeiten Ich unterhalte euch so lange Genau, ich zeige euch hier die kleine Katze Die, die unterhaltet euch Ne, dann könnt ihr die gar nicht sehen, warte Nani? Wer kommt denn hier hereingeschlittert? Ein Wreck Danke für den Wreck Danke für den Wreck Danke schön, hallo, hallo Erst mal ein Shoutout Dankeschön Hallo, 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 ihr Lieben Pokémon Red and Blue wurde gespült Ja, nice, gespült Böse Pandas Dann haben wir noch da mit dabei Melderella, wenn ich das richtig ausspreche Was? Ja, Melderella hat gerade geschrieben Die haben mir ja letztes Mal geradet mit Inscription Wenn ich mich nicht täusche Und wir spielen es nochmal Ja genau, wir spielen es nochmal Uns geht es gar nicht um die Story, sondern wir sind halt gerade so dabei Mehr Sag ich mal Dieses Brett, wie es am Anfang war, immer wieder durchzuspielen Und immer wieder coole Kartenkommis zu kreieren Und, also wir sind da schon ein bisschen weiter drin Sag ich mal, im Game Wir würden es gerne auch da mit Mods spielen Da gibt es echt ganz geil und interessante Mods für Und so finde ich es eigentlich am aufregendsten Die Story ist cool, dass man die jetzt einmal durch hat Aber danach das so als Kartengame zu spielen, wie es eben angedacht ist Ist schon sehr nice Und wir sind gerade wieder kurz vor dem Boss Ich weiß gar nicht, wie weit du letztes Mal gekommen bist Aber wir werden jetzt gleich nochmal unseren Feinen Herr Lashy klatschen Genau, wir werden jetzt gleich vom Lashy Boss Aber ich muss eigentlich nochmal eine kleine Puller-Pause machen Bruno, vielen lieben Dank für den Follow Und herzlich willkommen im Schnee-Chaos Ich füge nur noch schnell hier Deli hinzu Dass er euch ein bisschen belangern kann So, wo ist er denn hin, der Deli? Da Nice Dobi hat vom Meister eine Sacke bekommen Vielen Dank für den Lurk Das hilft jeder, der zuschaut Und, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt Gerade an alle Raider, die neu dabei sind Wir haben einen Adventskalender auf YouTube Das bedeutet, dass wir jeden Tag ein Video hochladen Das ist meistens immer das Video um 18 Uhr Beziehungsweise wir laden jeden Tag ein Video um 18 Uhr hoch Dort ist ein Buchstabe im Video versteckt Wer alle 24 Buchstaben zusammen hat Das ergibt so nach der Reihenfolge auch einen ganzen Satz Wer dem eben am 24. der Yuki schreibt Am besten eben über Discord Der gewinnt diesen Monat in der Tombula Genau, ich bin wie gesagt kurz weg Deli, mach weiter Ja, also Deli, mach einfach weiter Ich warte um zu weg Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen Aber ich muss jetzt Tschüss Und des anderen Wer den weihnachtlichsten Kommentar schreibt auf YouTube Das kann alles mögliche sein Ihr könnt, weil gerade sehr wenig Kommentare eben dabei sind Einfach nur eine Schneeflocke posten Einfach nur einen Tannenbaum, der sich sagt Boah, ich hab grad keinen Bock Unten mir was Weihnachtliches einfallen zu lassen Da reicht einfach, sag ich mal Jeder Kommentar, der etwas weihnachtlich angehaucht ist Habt ihr auch nochmal die Chance Ein Los zu bekommen pro Tag Das heißt, ihr könnt dann 24 Lose haben am Ende Und damit könnt ihr eine weitere Zeichnung gewinnen Von der lieben Yuki Wenn wirklich viele mitmachen sollte Was wir eigentlich ja hoffen Dann lassen wir uns sogar noch mehr einfallen Vielleicht gibt's dann auch nochmal ein paar Gutscheine Da müssen wir mal schauen, was alles so machbar ist Oder eben vielleicht auch eine Zeichnung von mir Bobby hat vermehrt seine eigene Suppe bekommen Wir wollen ja nicht, dass dann jemand denkt Oh, jetzt hab ich extra einen Adventskalender mitgemacht Und geh ohne was raus Also es soll schon so sein, dass jeder am Ende was mitnimmt Subject, vielen Dank für dein Work Wie war das Spiel? Also habt ihr jetzt wirklich einfach rot und blau nochmal gezockt Die alte Gen? Oder habt ihr da zufälligerweise einen Rom-Hack gespielt? Würde mich auch mal interessieren Ich bin da auch so ein bisschen intuit, was das angeht Aber erstmal dir viel, viel Erfolg bei etwas Essbarem zu suchen Ja, ich probiere mein Bestes Ich bin kein Streamer oder sonst was Ich bin eigentlich nur ein Moderator Und probiere die Leute hier zu unterhalten Bitte habt Verständnis Ich hoffe, ich übersteuere auch nicht, wie sonst immer Dass ich euch ganz angenehm ins Ohr flüstere Ansonsten kann ich wieder mit meiner Synchronspeicherstimme um die Ecke kommen Ich glaube, sie ist meist gemocht hier im Chat Dann kann ich immer den Kawaii-Boy rauslassen Und ich hoffe, dass wir diesmal Lashy besiegen Unser Deck ist relativ gut Leider haben wir auch ein bisschen zu viele Karten Danke, Cory Ich bin weg Hallo? Doch, man müsste mich noch hören Es ist nur der Stream, der geschlossen ist Oh, ich dachte schon Mein Internet Ja, ich probiere es manchmal mit dieser Synchronsprecherstimme Also ich bin weder gelernter Synchronsprecher oder sonst was Aber ich finde es immer ganz witzig Und die Leute Es kommt immer sehr, sehr gut an Vielleicht machen wir mal auch eine ganze Folge Inscription Wo ich nur in diesem Keine Ahnung Mir hat man mal gesagt Ich wäre dieser Hentai-Boy Der so übertrieben halt die Stimme verstellt So ein kleiner Insider quasi Könnte sich eigentlich mit Kanalpunkten einführen Dass man mit Kanalpunkten einwählen kann Dass man nur mit dieser Stimme spricht Also ich finde es ultimativ funny Es liegt auch daran, dass ich Diese typische deutsche Synchro Kennt ihr das? Und dann sprechen die alle immer so übertrieben Da ist immer alles so dramatisch Und alles so Oh mein Gott Ich bin heute Morgen aufgestanden Fünf Minuten nachdem der Wecker geklingelt hat Und ich weiß nicht, was ich mit dem Tag anfangen soll Also bin ich erstmal zum Wecker gegangen Ich hab mir eine Laugenstange geholt Und da ich leider keine Butter hatte Hab ich sie einfach nur Mit Olivenöl eingeschmiert Und Fettnutella drauf Es war sehr lecker Aber Das war eigentlich auch schon das Highlight meines Tages Ihr haltet mich bestimmt für komplett verrückt Aber Das ist hier halt Gang und gäbe Im Schneekorst Auf jeden Fall Hi an alle Raider Gibt's da noch jemand Der von Subject da ist Der so ein bisschen erzählen kann Wie es war Mit Pokémon Rot und Blau Also ich bin halt voll interessiert Ich bin voll der Pokémon Fan Hättet ihr mal Bock Auf so ein richtiges Pokémon Quiz Ich wäre da voll dabei Dass man mal sowas ausstellt Ich kann mir tatsächlich auch heute eine Idee Wenn Kori vielleicht da mal drin interessiert wäre Ich können wir Eigentlich auch eine geile YouTube-Idee dann Und zwar einen VTuber Ein VTuber-Duell Wo Yuki sich mit einem anderen VTuber misst Und da gibt's halt verschiedene Fragen In verschiedenen Kategorien Ob's jetzt Twitch ist Oder Pokémon und so weiter Und da kann man dann immer irgendwelche Fragen beantworten Alles natürlich so, dass es machbar ist Oder auch Schätzfragen So, dass es immer quasi in den Stern steht Wer gewinnt Würde ich ganz witzig finden So ein wirkliches VTuber-Duell Und dann jedes Mal einen anderen VTuber mit dazu Oder auch gucken Dass man vielleicht so ein kleines Turnier damit macht Und immer verschiedene VTuber weiterkommen Wäre ja so eine kleine Idee, die ich hätte Wäre aber alles fürs nächste Jahr angeplant Leicht verkackt Was ist passiert? Wie weit seid ihr gekommen? Nice Also das finde ich immer cool Wenn dann die Pokémon, die man fängt Nach den Leuten benannt werden Die eben im Chat aktiv sind Ja, aber das ist ja der Sinn der Sache Subject Dass halt jeder saulost sein kann Weil das dann nicht so Fragen sind wie Zähle alle 150 Pokémon auf Das ist halt wirklich so ein auswendig Lern-Ding Sondern eher so eine Schätzfragen Dass man auch vielleicht so Antwortmöglichkeiten hat So ähnlich wie bei Wer wird Millionär? Man kann dann aus vier Antworten quasi auswählen Und das sind halt beide Und dann kann man auch mal gucken Dass man das so nach Punkten macht Also das ist halt einfach eine kleine Idee Da müssen wir erst mal zu Ende spinnen Aber ich fand das eigentlich ganz geil Weil so ein VTuber-Duell So kann man sich quasi Alle VTuber so mehr ins Boot holen Dass man sie auch gegenseitig mehr unterstützt Fand ich eigentlich ganz cool die Idee Bei der zweiten Arena Also bei Misty Dann würde ich mal denken Dass gerade eine Wasserschwäche im Team herrscht Obwohl mit dem Myraplan Müsst es eigentlich ganz gut gewesen sein Aber wahrscheinlich ein bisschen underlevelt, oder? Ja Myraplan am Anfang ist Bisschen schwierig Ich weiß gar nicht Myraplan, glaube ich Lernt auch Rasierblatt und so weiter gar nicht Sondern erst in den höheren Leveln Dann Blättertanz Aber ich weiß nicht Ob das in der ersten Gen schon der Fall ist Es war schwarz Was war schwarz? Fahn verloren Ja Bin ich auch dafür Eisblüte Würde ich es jetzt mal nennen Euer Myraplan Das wird bestimmt ein Killer Auch wenn es erstmal ein Dooflo wird Was sehr derpy aussieht Hallo Ja, sehr cooles Subject Wäre echt ein Mega Ach schwarz, ist wohl blau ausgegangen Hallo ihr Lieben Tut mir nochmal leid Dass ich weg musste Aber ich hatte eine Bauchschmerzattacke Die, die ein bisschen länger da sind Wissen Bereits, dass ich eine Art Reizdarm-Syndrom habe Und deswegen kann das ab und an sein Dass ich flitzen muss Und dann ist es so Pfiuh Jucki weg Jetzt schon sehr Ich hab tatsächlich über eine ganz coole Idee Die mir heute kam Geredet Wo du tatsächlich noch nichts drüber weißt Und zwar Bis jetzt sind Kori und Subject voll davon begeistert Hätte ich Bock Ein VTuber-Duell auf die Beine zu stellen Ja Gar nicht so krass So kompetitiv oder so Sondern auch eher mit Fragen Mit Chatsfragen Oder auch mit vorgefertigten Fragen So wie A, B, C oder D Und dass man sich da halt einfach Als VTuber gegenseitig so ein bisschen Pusht Und so ein paar Duelle mitmacht Müssten wir mal ein bisschen ausfallen Die Idee Aber geplant halt erst für nächstes Jahr Wenn auch die ganze Adventskalender-Geschichte Durch ist und so weiter Ja Aber scheint auf jeden Fall Ein wenig Begeisterung auszulösen Definitiv Und dann könnte sogar Subject schon sein Sein Avatar fertig haben Dann kann er da auch Quasi mitmachen Das ist quasi Voraussetzung Grundvoraussetzung Ein VTuber zu sein Nochmal vielen Dank für den Raid Subject Ich hoffe Ihr fühlt euch hier wohl Im Schneechaos Voll Lava Chaos Habt Habt die kleine Katze da drüben genossen Und das Ravava Lava von Delhi Magst du mir nochmal den Stream Hier im Discord machen Der hat sich einfach beendet Äh ja Ich hab's noch gar nicht drin Weil ähm Wenn ich jetzt gerade Hier im Katzen-Dings bin Wollt ihr gleich ein Leckerchen einlösen Dann müsst ihr nicht noch mehr Katzen Damit die Idee nicht noch mehr katzen muss Haha Zinsenze der Schneechaos Subject Yay Weil ich hab ja hier so einen tollen Katzen-Adventskalender Hier Ein Advents-Katzländer Ja Und äh dann gucken wir wo die Nummer 7 ist Die ist hier Da Da Man muss es mal auf sich legen Gab die tut mir leid Das ist jetzt irgendwie wirklich schwer Genießen Sie jetzt Katzen-Kalender ASMR Ich hab die übrigens mit meiner Ich glaube heute sind wieder die größeren drin Das müssen die 5er sein Das sind äh Fisch-Ducksticks Ducksticks Ducksticks Ich gucke jetzt immer dass der große 3 davon futtert Und der kleine 2 Weil der große vom Körpergewicht halt wesentlich mehr von solchen Sachen halt essen darf Einfach damit es gerechter ist Ich gucke auch wirklich darauf dass der kleine halt wirklich futtert Weil der ist bei Süßigkeiten immer so Ach mh jaa Ob ich das jetzt so esse oder nicht Ne Wenn ich das liegen lasse frisst das jemand anders Ist jetzt nicht so schlimm Der ist ja so ein bisschen patschig sozusagen Muss ich mich echt mal ran halten Ja Kitschan So jetzt gucke ich noch dass ich den großen Radengist haben und kriege Oh heute sind sogar mehr als 5 drin Das sind gar nicht nur 5 Warte 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 ich zähle gleich mal Oh ich glaube der große ist von alleine gespawnt 1 2 3 4 5 6 7 sind es sogar heute Na kommst du rüber hier Kommst du rüber Großan Hier Muss ich dir helfen Dobi hat vom Meister einen Socke bekommen Wer ist in den Lörd? Das ist in den Lörd verschwunden So einmal hier du Gaki Ja Gaki nimm Gaki Nur hier Du musst mir sagen wenn Nui im Bild ist Nui ist jetzt im Bild Hier Gaki Ja So Nui So das letzte für Gaki Ja hier Nui noch eins Genau Gaki darf noch eins Hast ich das jetzt geschnappt Hier Nui Und Nui hat halt die restlichen zwei Aber der ist wirklich ganz schön viel Das ist eine große Portion die beiden Gut dass du schon so groß bist Große Sonst hätte ich das jetzt auch morgen verteilen müssen Dann seht ihr den weißen nochmal der kommt immer nur wenn es was zu naschen gibt Mehr ist nicht Guck ist alle Ja ich weiß meine Hand schmeckt gut Ich habe sie gerade gewaschen Müsste eigentlich nach Wasser und Seife riechen Mehr ist nicht in Nudeln Müsste nur eure Sabber sein die jetzt hier riecht Also das andere ist nicht mehr Ist leer Frustrierend Ja und dann geht es weiter mit Wie skrupellos Genau Achja ich sollte vielleicht auch noch für euch das Bild anmachen Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht So 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 Und dann machen wir mal den Endboss Ist Melderella noch da? Wenn ich was sehen würde wäre das vielleicht nicht verkehrt Ich habe es dir doch angemacht Ne Warte mache ich gleich wieder Ich muss mich eh erst mal noch zurück verwandeln Also wenn du länger so einen Stream pausierst Dann wird er automatisch geschlossen Achso So warte erst mal zurück Hallo Da sind wir wieder normal 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 So Müsst du jetzt jetzt wieder was sehen? Jetzt habe ich tatsächlich vergessen was wir machen wollten Ähm wie viele Felder haben wir im Deck war die Frage War die Frage Keine mehr Da haben wir jetzt gerade alle abgegeben Ne ist ja gut Da müssen wir auf jeden Fall nicht recht gehen Item haben wir nur eins oder? Äh ja Einmal die Zange Dann gehen wir lieber aus Item Okay Ja die Die und die Ne Beides gut Gehen wir auf Wir haben mehr mit Opfern Glaub ich Ja Ziege hätten wir aber am Deck Nehmen wir die Knochen Und dann die Schere Ja Ja So So Dann auf geht's Dein Blick heftete sich an die kleine Hütte Ja wie immer Deren warmes Licht ein Leichtfeuer in der bedrückenden Schwärze der Nacht war Sicher Ganz sicher Ganz sicher stand diese Hütte für das Ende deiner Muhen 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 Ah Schön Muss man wieder die drei Proben da machen Genau Blub 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 Gib mir die Hand Muhen So Einige Schritte Dobby hat vom Meister eine Socke bekommen Sonntag Vielen lieben Dank für dein Lörg und viel Erfolg beim Einkaufen Schlag dich gut durch Scheinbar nichts mehr zu essen gefunden oder? Jetzt dann doch einkaufen Hm Dann viel Erfolg Einige Schritte von der seltsamen Hütte entfernt wurde dir eine Gelegenheit eröffnet Bitte meine Segen nicht einfach irgendwelche Reisenden an Wenn du fähig bist meine Prüfung zu bestehen wirst du reich belohnt Bunk Nope Ja Einfach direkt neben Möge die Prüfung des Rings beginnen Oh du trägst einen schönen Ring Du bestehst natürlich Ich werde dir einen meiner mächtigsten Segen gewähren Ja doch Direkt neben eigentlich Das hier? Sehen oder ziehen Machen wir erstmal das rechte Erstmal bestimmen was wir ziehen Rechts wo das Tattoo ist genau Ja Und jetzt können wir eh noch Jetzt hoffentlich kriegen wir was was auch machbar ist Hammer net Könnte vielleicht Fliegen haben wir auch Wir haben den Tutan und wir haben glaube ich noch irgendwas was fliegen kann mit einem Siegel Wir könnten Die Larve hat das Symbol Ja Was haben wir denn noch? Eigentlich fast nur die Larve ne? Gar nicht mal so viel Ja Schwierig wir müssen jetzt einfach nur hoffen dass wir es ziehen Oder es fliegen Oder es fliegen Kann auch das fliegen und auf dem Truton hoffen Truton und was haben wir noch was fliegt Ich glaub der Mand Hermelin Hermelin hat doch auch eine Fähigkeit gekriegt Ja aber der Hermelin springt Bringt? Der hat die Hundefähigkeit Aber wir Irgendeiner hat noch die Flugfähigkeit Bin ich mir eigentlich fast sicher Aber ich weiß nicht mehr wer Ich weiß das jetzt auch nicht Okay Nimm selten Nimm fliegen Eins von beiden Also es ist wirklich wieder 50-50 Wahrscheinlich kriegen wir eh beides gar nicht Nimm minimiste Was sagt Chat? Links oder rechts? Chat! Links, rechts! Fliegen oder selten? Fliegen oder selten? Chat, chat, chat Lasst uns nicht ums Dich Wir vertrauen auf das Herz des Chattes Der Erste der schreibt entscheidet Ich finde immer noch dass es unten hier bei dem Daumen aussieht wie ein kleiner Arsch Und so gut ist der gesamte Daumen ein Bei mir war es zum Glück abgeschnitten Ich hab nie verstanden, was du gesagt hast Ich hab gesagt das hier unten beim Daumen sieht aus wie ein kleiner Arsch Oder wenn man das halt so nimmt wäre das Gesamtbild ein wenig Es könnte aber auch so ein Damenschritt sein Weißt du wenn man das einfach nur so zeichnet? Weißt du die Beine? Ja! Schönes Maurydick, guti Okay wir gehen aber für die Mitte Let's go Bitte 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 Möge die Prüfung der Seltenheit beginnen Afe Ja! Ja! Geh kein Flug Ach Gott sei Dank Ah seltsame Larves Eine passende Karte Nice Geschafft Deine Auswahl an Segen Nein Nein Wobei auch vielleicht gut sein könnte aber lieber zweimal ziehen Ja wir hatten instant 8 klochen wir haben es schwein genommen oder haben wir schwein genommen ja ja er hat man auch direkt den tutan hann 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 spielen spielen können 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 aber das ist das beide segen von mir zu bekommen das nur selten aber ich bin beeindruckt du warst ein würdiger gegenspieler doch leider muss ich bald ums leben bringen ja ja bis immer dann es ist dunkel go go power ranger jetzt sehen wir läschi in seiner wunderschönen gestalt einmal so eine pilzsuppe aus seinem bad kochen das wäre nice oder aus die krankruste da hinten auch geil was nix du hast ja draußen ganz schön zeit gelassen ja sorry war noch pilze sammeln ich halte groote und mich juckt es in den fingern ja kein wunder so wie du aussiehst bereit für den floh pulver wie verwirrt er guckt wieder die wunderschöne musik angemessen gekleidet ja moin vielleicht eine weitere um sicher zu sein ja komm gib ihm er spielt jetzt erst mal krass er spielt wieder seine alles viecher und er spielt den mohlmann klasse gezogen ja leider nicht wirklich oh gut 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 lave gut lave gut lave spielen direkt vor dem mohlmann mann 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 maul ruf mann also ein schönchen knochen mhm ich liebe den knochen nächste runde den typen da entgegensetzen ist besser dann kriegen wir kassier mal zwei drei also wenn nichts kassieren spielen wir sie gleich rechts aber dann springt der nee das mal so genau Aber bleibt das so. Ja, 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 ja. Hm, kommt der mit seinem blöden Dinger. Ah, ich glaube, er hakt ohne, dass da viel passiert. Also wir müssten ihn jetzt schon richtig drücken. Das meint das Gott. Ich glaube, wir verwandeln uns alle gleich in Gold, weil es wird schon so angedeutet mit dieser blöden Fähigkeit. Was machen wir? Was ziehen wir? Ja, müssen wir. Wir müssen jetzt auf eine richtig coole Karte hoffen. Ach ja, stimmt. Wir können jetzt hier was machen. So, jetzt müssen wir strategisch vorgehen. Den Geier auf die Hand holen, wenn die Larve stirbt, beziehungsweise wenn unser Ding stirbt. Nehmen wir mit. Ja. Dann haben wir noch die andere Karte, war glaube ich die Schildkröte mit der Fähigkeit. Ja. Nehmen wir die Schildkröte oder nehmen wir gleich den krassen Wolf? Den krassen Wolf gleich spielen? Ja, machen wir. Nehmen wir den hier in der Mitte? Der da? Ja. Ja. Genau. Blablabla. Ziemix. Dann machen wir das jetzt so, dass wir mit dem Rauch den Krüppelwolf in die Mitte spielen. Ah, die werden jetzt wahrscheinlich eh alle sterben. Irgendwie sind schade, aber okay. Ja. Opfern für den Wolf und let's go. Dann ist der Wolfsmaulwurf schon mal tot. Ja. Na, ich hoffe er verwandelt uns bitte noch nicht diese Runde. Bitte nicht. Let's go. Eins, zwei, drei. Scheiße. Es ist so mies. Zumindest haben wir den Gaia oder Gaia besiegt den jetzt instant und dann haben wir die erste Phase gewonnen. Wir haben verloren. Sehr nett. Ich hab gar nicht auf die Damage-Dinger angedacht. Ich leide auch nicht, gar nicht. Ach, der Mantisgott. Egal. Ob wir jetzt gewonnen hätten oder nicht, es wäre aufs Gleiche hinaus gelaufen. Ist ja zwar ein bisschen schade, das Ende. Aber das heißt, Nachbutterchen, wer war noch dran? Ähm, oh, wer war Nachbutterchen dran? Ähm. Ich muss mal gucken. Dieses, mit dem Pop-Out-Fenster ist echt ein bisschen blöd, ne? Moment. Und, äh... Ich glaube, Yukon? So. Hast du jetzt Emo-Oli angemacht? Ey, das Ding ist echt ein bisschen doof, ne? Ich klicke halt, dass der Pop-Out-Chant weg ist, sondern macht er mir sowas. So, ist wieder drin. Ihr dürft wieder alle schreien. Karte erstellen. Oh, jetzt wird mir die Namen nicht angezeigt. Hier, Teufelsbutter haben wir fertig. Ja. Dann haben wir, ähm... Divine Crusader. Hm, Crusader. Ist der nächste. Mhm. Okay, oh, gut. Wir haben einen Opfer. Sehr gut. Kannst du denn rechts oder links? Ist ja wurscht. Oh, 6-6. Kraft und Gesundheit. Oha! Oha! Mega! Na, gutes Siegel. Und auf die Hand zurück. Alter! Oder links und rechts mehr Dammit. Okay, Yuki ist direkt am... Yuki lässt gar nicht mehr diskutieren. Bam! Wir nehmen's! Er kauft! War so geschrieben, ne? Moment. Ähm... Der hat das ja alles mit 3. Sollen wir es auch so schreiben, wie er es geschrieben hat? Ja, ja. Ähm... Crusader ist... Kleines C... Ah, das kannst du eh nicht. Bis zum U erstmal alles normal. C-R-U. Mhm. 5-4. Mhm. D-3-R. Mhm. Genau. Perfekt. Wunderschönen guten Hallo. Ein wunderschönen guten Hallo, der auch. Crusader, du bist zwar nicht da, aber einmal bitte lächeln. Genau. Du bist die krankeste Karte, die wir je hatten. Für ein Opfer. Willst du noch einen Run machen oder ist zu viel? Danke fürs Zusehen und denk daran zu abonnieren, liken und kommentieren.